hallo ihr lieben so heute zeige ich euch wie ich diese rose eingieße gibt bestimmt auch andere varianten ist jetzt nicht die frage aber ich habe euch ersetzen wo ich zwei drei rosen eingegossen habe ich fand das ergebnis schon mega schön aber es war eine einzelne rosa auch mal gewünscht von einem ganz lieben menschen und dementsprechend habe ich ich habe ein bisschen gekämpft muss ich dazu sagen es gab ganz viele fehlt die nicht so schön geworden sind aber hier kommt jetzt die variante die ich glaube ich mehr als schön finde ich habe als erstes klar alles mit klammer beziehungsweise zum teil habe ich dann glitzer reingemacht aber hier habe ich zuerst mal angefangen die rose selber so die innenräume damit zu gießen und das dementsprechend auch so ein bisschen hoch zu halten damit dort einfach so ein bisschen schon mal die zwischenräume zusammen oder aufgefüllt werden klingt glaube ich besser und dann habe ich dort eine basis gelegt und dadurch ist dann das ganze schon mal dass die rose nicht mehr aufsteigt wenn ich dann die nächsten schichten machen es sind einige schichten also ich habe sie drin gelassen habe sie also dementsprechend auch vom tempo her genau so gemacht ich habe immer versucht relativ langsam zu gießen und dann eben zu schauen dass ich da eben erstens einfach auch die lücken überall habe dass das ganze dann trotzdem harmonisch aussieht und das ist manchmal gar nicht so einfach und ich glaube es gibt bestimmt leute die können das mega mega gut ich kämpfe immer wieder und bei den letzten war einfach ganz oft das problem dass irgendwas nicht richtig war dann wollte ich es korrigieren und schon schwuppdiwupp sah es einfach nur noch doof aus ich werde die vielleicht irgendwann noch mal schauen ob ich da irgendwie noch mal die als testobjekte nutze und damit dann einfach auch mal ich müssen mit dazu lerne ich habe immer noch mein arbeitsauftrag offen der das ganze mal mit latex zu probieren dass man da halt eben dann dementsprechend auch das ganze korrigieren kann und das habe ich noch auf dem schirm also falls du das hörst ich habe es nicht vergessen bei mir gerade ein bisschen viel hektik und dadurch muss ich so ein bisschen schauen und aber es kommt hier ist habt ihr gesehen ich habe jetzt gerade mit dem feuerzeug dann so ein paar bläschen auch weg gemacht damit das halt besser funktioniert viele bläschen steigen ja von natur her noch mal ein bisschen auf aber das ganze ist halt nicht immer so dann habe ich vereinzelt für die bläschen nicht ging habe ich dann mit dem stäbchen rausgenommen beziehungsweise halt so ein bisschen versucht zu korrigieren und wie gesagt so ein bisschen mit der wärme viele pusten ja vielleicht auch noch mit der heißluft füllen aber für mich geht es mit dem feuerzeug bisher immer noch am besten ja und dann habe ich immer so um die 100 gramm pro wie sagt man es pro 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 komponente also epoxid harz besteht ja aus dem harz und aus dem härter und dadurch ist da jetzt einfach so ein bisschen habe ich so ungefähr immer um die 100 100 pro komponente also sind insgesamt 200 gramm dann da genommen und habe das ganze immer so um die zwei stunden dann stehen lassen habe so ein bisschen auch gefühlt ob es noch zu warm ist weil die gießhöhe ja beim epoxid hat sehr wichtig ist und epoxid hat ist halt eine chemische reaktion die dann entsteht das heißt es kann kommt die wärme dazu die ganzen ich will jetzt nicht dürfte sagen mir fällt das wort aber gerade nicht ein und dadurch bitte immer dran denken ihr braucht handschuhe ihr braucht eine maske und im besten fall immer auch auf jeden fall noch das fenster aufmachen habe in der regel wirklich nur diesen raum dann da wird nicht wirklich viel was anderes drin gemacht und dadurch das für mich die beste variante so wie es aktuell dann immer ganz gut funktioniert epoxid harz kann man ganz viele sachen mitmachen man kann sie viele sachen eingießen wunderschöne muster damit herstellen ich habe es ja nun jetzt hauptsächlich im klaren harz und aber wer andere videos von mir schon gesehen hat dass ich halt auch viel mit pigmenten oder pasten arbeite und da wunderschöne sachen draus machen kann und ich liebe es wirklich sehr das ganze immer wieder auszuprobieren ich schaue mir selbst bei anderen youtuber gerne eben die sachen halt auch an die sie machen ich finde die immer sehr sehr schön ich glaube ich bin mir jetzt gerade beim namen nicht sicher sandra rettich zum beispiel finde ich sehr sehr schöne sachen immer die sie da macht ich habe selbst bisher so nicht hinbekommen bzw auch noch nicht extrem bewusst jetzt ausprobiert und dementsprechend wird da vielleicht irgendwann noch mal was kommen ich werde mir vielleicht auch irgendwie noch mal anschauen dass ich auch mal andere epoxid harz hersteller anschaue ich nehme mir aktuell immer das resinen vor dekor und ist das was ich eigentlich bisher nur benutzt habe weil ich das sehr angenehm finde und dadurch ist das auf jeden fall ein versuch wert und genau ihr seht schon bin schon bei der nächsten nächsten schicht ich habe mit vollem bewusstsein nicht alles was das anmischen angeht mitgefilmt jedes epoxid harz ist anders das resinen vor dekor hat eine härte zeit von 24 stunden aber man sollte es logischerweise wenn man es wirklich verschenkt oder so unbedingt auch mit einem plan dass es länger liegen bleibt weil es erst richtig komplett durch härten soll und es muss gut durchgemischt werden dass die schlieren nicht mehr zu sehen sind weil wenn man es rein schüttet ist es noch gut transparent aber in dem moment wenn man es dann wirklich vermischt dann wird es milchig und unbedingt so lange rühren bis es nicht mehr milchig ist bis keine schlieren mehr zu sehen sind auch am becherrand und am boden immer lang gehen viele sagen ja sie kratzen nicht aus ich habe es jetzt immer gemacht ihr seht auch den becher nutze ich viel öfter auch die holzstäbchen ich versuchte immer so lange wie möglich zu nutzen bis das irgendwie so gar keinen sinn mehr macht und da immer so ein bisschen dran denken dass das einfach auch wichtig ist da die umwelt ist nicht einfach glaube ich die hat es mit uns als menschen glaube ich ein bisschen gestraft bei manchen und ich versuche ganz viel rücksicht zu nehmen und immer wieder zu schauen wo kann ich dinge anders machen auch bei meinen anderen basteleien was macht sinn was macht keinen sinn wo kann ich mehr noch irgendwie an meine umwelt denken und dadurch guckt immer wieder mal bei anderen leuten die videos hochladen was die machen ob das sinn macht vielleicht und dann glaube ich macht das auch ganz viel spaß es kostet euch auch weniger geld wenn ihr die sachen öfters nutzt auch wenn es manchmal nicht schön ist dass man die becher dann eben auch noch trocknen oder durchhärten muss und aber es lohnt sich und es macht auch sinn ja während ich jetzt hier so noch weiter gieße bzw rühre muss ich gerade mal schauen ich werde wahrscheinlich nächste woche eventuell kein video hochladen aufgrund dessen weil ja dann feiertag ist wieder und ich habe für mich jetzt immer festgestellt wenn ein verlängertes wochenende ist oder so dann ist es immer relativ schwierig dann das ganze dass die meine follower oder abonnenten das ganze dann auch schauen und diesmal habe ich auch überlegt ob ich es hochlade oder nicht aber das ganze habe ich jetzt entschlossen ich lade was hoch weil sonst wären zwei wochenende hintereinander und ich hoffe dass einfach am sonntag dann schon ganz viele aus ihrem verlängerten urlaub wieder zurück sind und aber nächste woche ist pfingsten das heißt da werde ich dann einfach so ein bisschen ruhiger machen ich werde also kein video hochladen damit ihr das schon mal gehört habt und dann kommt aber darauf die das wochenende wieder und genau ansonsten falls es noch einige nicht mitbekommen haben ich lade die videos immer sonntags hoch mein bastel video ist immer um 12 und dann habe ich immer musikvideos in der regel um 16 uhr sollten die mal später kommen oder einen tag später zum beispiel dann hat das den hintergrund dass ich abends weg war und euch ganz frisches material zeigen möchte und dadurch dann eben die entsprechend daher der ganze auftritt von einer band dann da ist und da wird dann das ganze musikvideo hochgeladen also es sind dann teilweise zwei stunden die dann hochgeladen werden und das ist natürlich dann eben auch eine aufwand und dementsprechend kann dann auch mal sein dass nicht um 16 uhr das video hochkommt sondern eben einfach später ich habe keine extrem schnelle leitung muss ich dazu sagen ich brauche das aber auch nicht ich lasse es einfach laufen und lade es hoch ich lade in der regel auch im hd hoch so gut wie möglich und hoffe dann immer dass das auch in der qualität sehr gut ankommt ich weiß dass das nicht jeder brauche ich habe es für mich jetzt entschieden dass ich so mache und dadurch ja ansonsten hoffe ich dass ihr wenn ihr wenn euch ein video gefällt ihr einfach den daumen nach oben da lasst oder dass ihr mir ein kommentar da lasst habt ihr fragen schreibt mir gerne in die kommentare und ich gucke dass ich sie zeitnah immer beantworte es gibt bestimmt auch mal sachen im leben wo man nicht ganz schnell antworten kann aber ich bin da immer sehr bemüht die fragen zu beantworten gerade wenn irgendwie gefragt wird kannst du bitte mal verlinken und das mache ich dann natürlich selbstverständlich und nein ich verdiene damit kein geld ich habe kein account jetzt bei amazon wo ich jetzt den wo ich darüber dann geld bekomme und dementsprechend dass das alles freiwillig und sollte das mal anders sein würde ich das selbstverständlich mit hinschreiben und aber dass ich glaube das dauert noch wenn überhaupt sehr sehr lange genau also dadurch hoffe ich dass ich euch da immer gut helfen kann und wie gesagt falls ich irgendwas ausprobieren soll schreibt mir gerne ich versuche da mein bestes ich bin aktuell so ein bisschen beim epoxid hat hängen geblieben das aber einfach weil es für mich eine sehr schöne art ist mich zu beschäftigen wert aber jetzt auch in zukunft wieder schauen dass ich ein bisschen was anderes mache und ihr dadurch einfach auch mal wieder andere sachen seht ich hatte ja letzte woche das mit dem handy hochgeladen finde ich mega das hatte ich ja von der kalikessie gesehen gehabt und dementsprechend ist es eine schöne art seine handy hüllen zu verschönern und ich finde das ergebnis immer noch schön ich habe auch noch eine hülle ich überlege noch ob ich es noch mal mache und dann dem einfach den eigenen stempel aufzudrücken und wie gesagt auch dabei der handy hülle war musikprogramm und ich freue mich auch schon ich gehe auch wieder singen nächste woche und freue mich da einfach drauf und ja wir sind fast bei der letzten schicht beziehungsweise sind die letzte schicht hier musste ich übrigens zweimal anrühren weil ich gesehen hatte dass es nur ein ganz kleines stückchen fehlt um das ganze komplett einzugießen und dadurch musste ich noch mal machen also nicht noch mal machen in dem sinne sondern einfach nur noch mal ein bisschen was anmischen und dann habe ich das ganze schon moment trocknen lassen ich habe es länger als 24 stunden trocknen lassen weil ich einfach glaube dass das für das wirklich erst mal gut gewesen ist und das gut durchhärten konnte und ja dementsprechend zeige ich euch gleich das ergebnis ist ein bisschen länger das ergebnis diesmal zeigen weil ich direkt das rausholen auch mit gefilmt habe und ich hoffe euch gefällt das ganze auch würde mich sehr freuen wie gesagt hier zeige ich euch das ganze wie es aus der form raus holen es sind ein zwei kanten die hole ich dann noch mit nah mit zum drehmel runter das seht ihr so ganz leicht und ich muss übrigens auch die form mal wieder ordentlich sauber machen weil ich gesehen habe dass da so ein bisschen was ist und ja dementsprechend ist das ein ganz ganz schönes ergebnis geworden ich zeige es euch auch noch mal im dunkeln und habe da das licht dann drauf gemacht und ja ich hoffe euch gefällt ich mag auch den schimmer sehr sehr gerne ich habe diesmal ein bisschen sparsamer gemacht und auch die luftbläschen die ich da leicht drin habe finde ich mega schön ich weiß viele wollen dann die luftbläschen nicht ich finde sie schön und mag das sehr gerne und ja ich verabschiede mich auch schon ich hoffe euch hat es gefallen und ich hoffe vielleicht macht ihr es auch nach und dann hoffe ich dass ihr mir da auch ein kommentar zu da lasst wenn ihr es mal ausprobiert hat und dann wünsche ich euch noch als einen wunderschönen sonntag und ich hoffe wir sehen uns dann in zwei wochen wieder und ich drücke euch einfach mal ganz lieb und bis dann also und ich auch ich auch Vielen Dank.